So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir möchten nun Bericht erstatten, aufgrund unserer erfolgreichen letzten Mission. Die nächste Mission beginnt schon wieder in 12 Stunden. Oder habe ich das letzte Mal schon Bericht erstattet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin total verwirrt. Ja, ja. Okay, was kann man uns? Halt, dran, kann man sechs Stück schon. Da brauchen wir eigentlich nichts, ne. Brauchen wir nichts, das ist schön. Ähm. Muss man im Hinterhof so haben. Müssen wir irgendwie die Zeit runterkriegen bis zur nächsten Mission. Denn ansonsten ne Gedenkstätte, das kann man nicht. Wunderbar, da kann man nichts machen, das ist doch schön, oder? Huah, aber gut. Sprung hingelegt. Bin immer noch leicht erkältet. Schon gefühlt seit zehn Jahren. Gehen wir halt nochmal raus in den Flur. Weil, äh, irgendwie, na gut, doch, stimmt. Ich glaube, den Bericht muss ich sowieso oben erstatten, glaube ich, da in der komischen Kommandozentrale, da. Oder etwa nicht. Da oben, mit Sicherheit. In der Kommandozentrale. Hallo? Hey. Toll. Ach du Scheiße. Ja gut, das interessiert mich nicht. Aber ich, das, falls habe ich schon mal... Aha. Was ist das? Federkappe. Oh, das sind so Magie-Dingel. Okay. Na klar, haben wir es. Na klar. Auf geht's. Ab in den Kampf. Auf in den Kampf, die Schwiegermutternaht. So. Kann ich da runterspringen? Nein. Warum nicht eigentlich? Ich möchte unbedingt da runterspringen. Das geht halt nicht. Ich glaube, diesmal nehme ich jemand anderes oder so. Als Kampfmitglied. Als mein... Okay. So ging's nochmal. Ich vergesse das alles immer so schnell. Das wird immer so schnell vergessen. So. Speer, Schlangenschwert. Das ist natürlich auch ganz stylisch. Ja. Komm, probiere mal Schlangenschwert-Type. Schlangenschwert-Tussi. Klasse. Ich möchte einen Mann steuern. Ich bin ein Mann, der möchte einen. Das war auch eine Frau. Eieiei. Speer. Naja, das war langweilig. Schlangenschwert-Revolver. Den vielleicht. Ja, komm, den Revolver. Ja. So. Jetzt gehen wir mit dem mal auf Mission. Lass uns die Mission starten. Und der ist ganz schön schnell. Das ist schön. Hau rein! Mission annehmen. Eingangszahle. Das ist Eingangszahle. Ich werde ja nur hin und her geschickt. Das ist ja wie auf dem Arbeitsamt hier. Nur hin und her. Klasse. Kann ich nicht sprinten oder so? Er hofft so ein Eingangszahle. Oh, habe ich schon eigentlich immer so einen Superhelden-Cape an? Das wirkt irgendwie so Möchtegern-mäßig. So als ob ich nichts drauf hätte, aber... ...unbedingt will, dass die Leute decken, ich jetzt drauf. Ja, viel Glück, ja. Leck mich am Arsch. Ich brauche kein Glück. Ich bin sowas von unbesiegbar. So, Hubrun-Region. Und wo müssen wir überhaupt hin? Ja. Mitglieder für den Einsatz. Ace. Nein, stopp. Muss nochmal zurück eigentlich. Aber eigentlich müsste ja der King zuerst. Damit ich das bin. Dann nehmen wir den Ace. Dann könnten wir eigentlich noch so einen Schlank-Schalt gut rauchen. Wir machen einfach alle mit, ne? Oh, 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 oh. So. Der Aktive. Das bin auf jeden Fall ich. Ah, ha, ha, ha. So. Hubrun-Region. Wo muss ich hin? Da vorne oder eins von denen da hinten? Alter, was geht denn hier ab? Gut, genau. Erläutere mal die Mission. Schreitgewehr kämpfen mit Kontrolle über die Rubrum-Region Kubo. Alles klar. Das klingt logisch. Ihr werdet sie bei der befreien Corsi's unterstützen. Jawoll. Bleib mal geschmeidig hier. Wir sind nur Kinder. Harmlose Kinder. Oh, ich muss sagen, das ist natürlich abartig, strange, animiert. Als nächstes müssen wir das erste Lager unter unsere Kontrolle bringen. Alles klar, bringen wir das unter unsere Kontrolle. Erstes Lager mittig. Danach hätten wir Akkistürme. Wenn wir die Schatten in unsere Kontrolle gebracht haben, können wir uns ja... probieren wir uns zurück, was uns gehört. Möglich ist er mit uns allen sein. Jawoll. Spüre die Macht. Warte. Okay. Tönen brauche ich eigentlich nicht. Nein. Ich mach das. Das erste Lager hier. Das erste Lager hier. Ich muss das erste unter Kontrolle bringen. Huhu. Aha. Ahau. Alter, was war das? auf hier muss ich jetzt eigentlich die da alle umlegen ich verstehe gerade gar nichts mehr ich verstehe nichts die Präsidung im Nordblatt Pro 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 zerstört sag mal das ist uns gut Abwehrsystem schnappt euch das Abwehrsystem vielleicht geht das ja nicht du kleine oh scheiße sag mal hör auf mein Lager anzugreifen ihr kleinen Bastarde so 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 boah der fehlenden Truppen in erster Lage der Angriff auf ACQUI ACQUI ALTER warum greifen die mich ich verstehe es nicht wie soll ich denn da gescheit ausweichen hier warte ach ach das sind irgendwie ganz ganz komische meine Energie geht böse zu Neige Leute ich habe hier gewisse kleine verschissene Fortschrittsprobleme ich müsste mal unbedingt da hinten in das Ding da ach 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 ich würde ja rein in eine Eisbombe machen Autsch kommt schon Leute äh das ist auch fies Sache hier Alter warum greifen die mich dauernd an das ist doch richtig scheiße Leute 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 äh das ist falls mal jemand wissen wollte was da richtig scheiße ist das ist das hier eindeutig ähm die Animation war auch schon mal besser gelungen so ich bin gleich tot das ist ja richtig geil ähm kommt schon haltet dagegen Leute haltet dagegen ich muss mich ein bisschen aufladen hier ansonsten mache ich keine paar Sekunden mehr das ist unser Lager jetzt momentan das ist unser Lager jetzt momentan Action das ist Action und gesagt ah sag mal ja warum greifen die auch alle mich direkt an äh solche Scheiße ich könnte kotzen so komm vormarsch vormarsch also sind die immer dabei oder was ich habe gedacht die würden schon längst angreifen ja ja das erklärt natürlich warum wir ja gerade eben so einen üblichen Kampf hier hatten alter macht sie fertig ja hatte ich mir richtig geile kämpfe wieder haben nicht so einen komischen ich habe was da außen rumlatschen hier oh komm schnell vor wir auf Fasching Karabane zieht weiter der Sudan hat durch ja stürmen hier hier beginnen wir Einsatz jawoll jetzt geht's ab jetzt geht's ab jetzt gibt's auf die Kasse äh komm nimm mal mit alles mitnehmen alles mit was geht alles mit schnappen alles ok muhaha Mohammed ich habe sie wer entkommt im mädchen herrjott entkommt in firmen irgendwas er hat mit zu entkommen Papa 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 wo war die kleine Hoden säcke stückst alle haha genau Papa 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 Alter was ist das daneben 1 feiner das ist der mädchen herrjott ja so ist das schön danke deswegen verfolgt sagt 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 so schnell geht es nachladen der rote vom vorkommen der röde der typ gefällt mir worum leute 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 und dort gut gut haha 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 b c d e f g alles klar das ist schön oder oder die labern wie sie abgeht ich auch noch du befehlige, komm doch ne quasi so klasse ok eh eh ah das ist doch ok so leute wir haben jetzt irgendwie lauf unsere labe einheit dahin das stehenden lachen vielleicht sollten wir erst mal nein vielleicht doch gleich besser aber ziemlich hatte verteidigung leute das muss man echt mal so sagen vor allem weil sich die scheiß energie mit dem auto selbst auflädt die karawane um den laden die verteidigung möchte schön runter dass ich wieder aufladen können ja schön unter schön unter schön runter lad schneller nach pro schneller nachladen kommt gibt ihm noch mal damit die verteidigung wegfällt hier zerbricht wir müssen die so um die mauer muss weg die mauer muss an müssen dieses ja sehr schön und jetzt jetzt geht's ab der angriff steht uns bevor natürlich die verstärkung mit damit richtig abgeht jetzt wird durchmarschiert zack 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 wir machen alles platt immer schön auf dem wäschchen ja bieber Soldat jes ich habe mich nicht gerade wie viele kugeln der typ eigentlich einstecken kann so Ich habe bessere Waffen, haha, du kleiner Pisser. Was ist denn das? Der blockt meinen Überschuss, ich glaube es geht ab. Wo, 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 wo. Was ist mit meiner Energie, Leute? Alter, ich weiß was mit meiner Energie war, da oben war ein Penner. Ich habe ihn gesehen, die Drecksau. Alter, kann mich bitte irgendjemand wiederbeleben? Leute, hallo, wuhu, ich bin hier, danke, ah, ihr kleinen Penner, so, ah, ich muss, glaub ich, doch weiterhin bei meinen Karten bleiben, ne, die sind einfach, ultimativ, Unverwundbar ist Helfer B, das ist aber schön. So. Ja. Ha ha ha. Zack. Ho 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 ho. Hu. Hu. Ich mach euch alle platt, ihr kleinen Pizze. Zack, 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 boah. Das ist richtig der Wahnsinn hier. Wie er abgeht. Ja, der ist einfach wirklich der Beste, muss man wirklich sagen. Ich liebe den Typ. Der ist ja wirklich der Wahnsinn. Ist es aus? Natürlich ist es aus. Grünschnabel. Was? Grünschnabel. Ich glaub es geht ab. Als King 10 Anlegerin. Das ist aber schön. So. Natürlich wollen wir den bisherigen Fortschritt speichern. Immer schön überschreiben. Nur so weiß man auch welcher Spielstand es war. So. Klasse. Schön. 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 Ähm. Wo geht's hin? Da hinten glaub ich irgendwie. Dann gehen wir mal zurück. Ne. Dann gehen wir mal zurück wieder in unsere Akademie. Berichterstatten und so weiter. Das ganze. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Und haut rein.